Hey Leute, mein Name ist Bergtussi, ich hoffe euch geht es allen gut. Wir wollen uns einen Farmspot anschauen, der, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und das ist ein Farmspot, wo ihr von Level 10 euch bis Level 15, ich will nicht sagen instant hochpushen könnt, das natürlich nicht. Wir müssen natürlich eine Zeit lang kämpfen, aber es geht super schnell und wir müssen uns nicht bewegen. Als Caster muss man wirklich dazu sagen, stehen wir an einem Punkt und greifen erst den einen Mob an, dann den anderen, dann wieder den einen, dann wieder den anderen. Ja, es ist ein Instant Respawn Farmpunkt. Also die muss ich auch dazu sagen, der Loot, was wir hier bekommen, der hält sich in Grenzen. Das ist der letzte Scheiß. Das, was wir an XP bekommen, dadurch, dass wir einerseits zwei Mobs haben und andererseits ein Instant Respawn, ist das so extrem. Von Level 10 bis Level 15. Ich bin im Brachland und zwar genau hier oben und wir schauen uns das Ganze mal an, wie das Ganze abläuft. Drehen wir uns mal im Kreis. Hier unten an diesem Spot, wo dieses kleine Skelett liegt, das läuft nicht das Skelett, wollte ich nämlich gerade sagen, laufen zwei von den Savannenjägern oder von diesen Löwen, von diesen Tigern rum. Wenn wir diese beiden Tiger getötet haben, einer spawnt hier hinten, der andere spawnt hier vorne. Wir können uns also so gesehen hier vorne neben den Kopf hinstellen als Caster und halt erst den einen töten und danach den anderen töten. Als Mini ist natürlich klar, laufen wir von dem einen zu dem anderen, von dem einen zu dem anderen, von dem einen zu dem anderen, das die ganze Zeit hin und her. Und das können wir halt unendlich so lange machen, wie wir wollen. Wir müssen halt erst den einen Löwen hier töten. Wenn wir den einen Löwen getötet haben, ist es ganz egal. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Löwe, den wir getötet haben, der Spawnpunkt ist oder der, sobald wir den anderen auch noch getötet haben, laufen wir mal eben kurz so rüber, haben wir den Instant Respawn. So, hauen wir den mal eben schnell um. Das müsste der zu der Route sein, weil die anderen Löwen sehen natürlich anders aus und liegen an ihrem Punkt rum. Und da läuft auch schon wieder der Löwe rum, der jetzt eben gerade von hier, oder eher gesagt, den ich eben gerade da getötet habe. Stellen wir uns mal hier an den Punkt hin. Hier sind, wie gesagt, immer wieder Leute, die vorbeikommen, die hier ihr Quest machen, die hier einen ganz bestimmten Löwen spawnen lassen und den dann töten. Und ich stehe an dem Punkt hier, an dem Punkt mehr oder weniger und töte die Löwen. Ohne mich großartig zu bewegen, wenn der Löwe, wenn ich den jetzt pullen sollte, weil ich den pullen sollte, weil ich wieder zu langsam war mit dem Spawn, dann schicke ich meinen Tiger hier rauf, warte, bis er gespottet hat, springe kurz zurück, töte ihn. Und in dem Moment, wo der noch nicht mal ganz, wenn der tot ist, spawnt schon wieder der Nächste. Und wahrscheinlich kriege ich ihn, ja, ich kriege ihn nicht ganz getötet. Und wieder auf den Nächsten schicken. Und wenn ich jetzt im richtigen Tempo das alles mache und mich halte, dann spawnt der, nachdem der gestorben ist. Das heißt, ich schieße die ganze Zeit rechts, links, rechts, links und, äh, nein, ich möchte nicht in die Gruppe. Und rechts, links und rechts, links. Und so würde es halt die ganze Zeit hin und her gehen. Ähm, ja, jetzt ist hier irgendjemand mit Level 39, was ihm absolut gar nichts bringt, irgendwelche Level 12er zu töten oder sonst irgendwas. Na gut. Ähm, und wieder auf den Nächsten rüber. Und der andere ist auch wieder gespawnt. Und er möchte wahrscheinlich hier irgendwie seinen Kirschenern skillen oder sonst irgendwas. Äh, gehe ich mal schwer von aus. Beziehungsweise, nee, noch nicht mal. Es, das, der Witz ist, die Mopse haben einfach keinen Loot. Das heißt, er ist mit Level 39 hier, tötet etwas, was ihm keine XP gibt und keinen Loot gibt. Äh, okay. Ähm, vielleicht merkt das irgendwann selber, nachdem er da ein paar Mal gelootet hat, weil der Loot von diesen, ähm, ja, von diesen Löwen hält sich wirklich original in Grenzen. Äh, XP-technisch ist es allerdings ganz ordentlich. Dadurch, dass wir, wie gesagt, als Caster müssen wir uns nicht bewegen. So, jetzt hat der Typ den, den Tiger da gespawnt. Den will er wahrscheinlich töten. Will er nicht töten. Wow. Anscheinend will er ihn doch töten. Gott, hab ich mir nämlich schon gedacht, weil das ist der einzige Grund, warum die Leute hierher kommen und, ähm, irgendwas hier machen. Sie kommen hierher, töten den einen großen Tiger mehr oder weniger oder den einen großen Löwen und gehen wieder weg. Und somit haben wir diesen Spot komplett für uns. So, Leute. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und gerade für die Leute, die noch Kirschen abskillen wollen oder noch leichtes Leder in Massen brauchen. Hier könnt ihr wirklich leichtes Leder in Massen farm. Ähm, naja gut. Und XP machen. Von Level 10 bis Level 15. Oder halt nur zum Lederfarm hergehen. Leute, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Mhhh, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.